Und die Vorstellung beginnt. Hi, hier ist wieder Law of Tarot. Schön, dass du wieder den Weg zu mir gefunden hast auf meinem YouTube-Channel. Falls du heute das erste Mal bei mir bist, hi, ich bin Martina, ich lege hier Tarot für dich. Normalerweise mache ich Sternzeichenlegungen, Seelenpartnerlegungen oder wir quatschen eine Runde bei meinem Quatsch-Format Law of Tarot Talks. Aktuell kannst du hier im Rahmen dieses Tarot-Adventskalenders eine persönliche Legung mit mir gewinnen. Ich erkläre am Ende des Videos, wie. Gut, bevor ich deine Legung mache, haben wir wieder unsere kleine Kategorie, wie wirst du von einem Grinch zu einer lustigen Weihnachtselfe. Und ich habe es in letzter Zeit wirklich extrem, also es geht nicht nur mir so, das weiß ich. Das hatten wir jetzt schon öfters in diesen Videos gesagt und da haben auch viele von euch drunter kommentiert, dass der Stress aktuell wirklich extrem ist. Also der Stress, den du so vom Außen kriegst. Wir hatten es im November auch extrem mit dieser Transformationsenergie. Also die konnte ich extrem spüren. Ich denke, ihr auch. Und ja, der Stress, also wir rollen jetzt immer steiler auf Weihnachten zu. Der Stress darf jetzt auch langsam mal meinetwegen rausgehen, euretwegen wahrscheinlich auch. Und bei mir ist es jetzt so, ich habe jetzt auf der Hauptarbeit, ich habe ja noch, ich sage ja immer wieder, ich habe ja noch einen Hauptjob. Und da habe ich in letzter Zeit wirklich viel, viel, viel gemacht. Und manchmal ist das, was so auf so einem, das ist ein Bürojob halt, und was man da so manchmal macht, oder manchmal ist man einfach ausgelaugt. Und heute war so ein Tag, da bin ich mal einen anderen Weg rausgegangen aus unserem, ich sage jetzt mal Gebäude. Und dort traf ich meinen ehemaligen Praktikanten. Und ist ein netter, junger Typ, ne, also ich mag den wahnsinnig gern und sowas. Und ja, und da treffen wir uns so an der Stempeluhr und da sage ich so zu ihm, hey, möchtest du zuerst einstempeln, bevor ich ausstemple? Und da hat er dann eher so total nass geregnet, weil es gibt ja kein Schnee mehr jetzt, ist ja wieder viel zu warm. Und da meinte er so, Martina, lass dich mal einen Arm nehmen. Und das war in dem Moment so schön, weil ich das null erwartet habe, ich bin auch so ein Arm nehmen Mensch. Und deswegen, ja, ich glaube, der hat das in dem Moment, weil ich war einfach auch voll fertig. Und ich glaube, der hat das in dem Moment einfach, der sagt zwar, der ist nicht spirituell und so, aber er ist halt empathischer, als er zugibt. Und er hat mich da so in den Arm genommen und dann dachte ich mir so, geil, das ist für dein Video der Tipp. Wenn Stress um dich herum zirkuliert, in Arm nehmen hilft. Kuscheln ist noch ein bisschen besser, vielleicht hat nicht jeder wen zum Kuscheln, aber in Arm nehmen, mal freundschaftlich, sich mal richtig in Arm nehmen, hilft. Und deswegen sage ich, danke Calvin, dass du mich an der Stempeluhr gedrückt hast. Wir waren zwar beide klitschnass davon, aber ist egal. Verteile die Liebe, okay? Die Vorweihnachtsliebe. Deine Message für Mittwoch. Oh, ja, uh, ich sehe dich hier, dolle Arbeiten, aber ich rede gerade von der Arbeit, von der Stempeluhr und überhaupt. Aber Moment, oh Gott, hier geht es um Arbeit, es geht um Arbeit. So, ja, es geht um Arbeit, es geht darum, mit der Arbeit, die du getan hast, glücklich zu sein und wertzuschätzen, was du selbst erreicht hast. Und das ist eine ganz tolle Energie. Da geht es nicht darum, dass was viele Menschen, die halt so, ich meine, ich bin Fische. Das heißt, ich bin super romantisch, ja. Und ich hatte früher immer diese Vorstellung, dass ein Prinz kommt, der mich rettet. Und, was Quatsch ist, der totale Quatsch, bevor ein Prinz kommt, der einen rettet, ja, nee, wir sind hier nicht im Märchen. Es geht darum, dass du in deine eigene Kraft und Stärke kommst. Übrigens ist nächstes Jahr das perfekte Jahr dafür, denn wir sind im Achterjahr, wir sind im Jahr der Kraft. Und ich erkläre das immer so, gerade eben sind wir im Jahr des Wagens und alles, was jetzt im Jahr des Wagens passiert und ins Rollen und vorwärts gekommen ist, wird im Jahr der Kraft, ja, es manifestiert sich da nochmal. Also du fundamentierst das quasi, was du da erreicht hast. Okay, ich zeige dir jetzt mal, was hier rauskommt. Das ist echt cool. Also es geht um Arbeit, habe ich gesagt. Acht der Münzen. Ich sehe dich hier hart daran arbeiten, dass der Wohlstand, den du dir selbst kreiert hast, nur in der Münzen, ach der Münzen, nur in der Münzen, interessant, dass der Wohlstand, den du dir selbst kreiert hast, dafür hast du auch hart gearbeitet. Oder falls du den Wohlstand noch nicht hast, wirst du daran arbeiten. Du wirst lernen, wie es ist, an etwas so zu arbeiten und halt mit dem Geld, ich kriege auch gerade rein, mit dem Geld auch besser zu haushalten. Also diejenigen, die es noch nicht so geschafft haben, mit dem Geld zu haushalten, die werden das jetzt künftig besser lernen. Denn es kommt Gerechtigkeit rein. Es kann nämlich gut sein, dass hier manche zuschauen, die das Gefühl haben, sie ackern, 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 aber es bleibt nichts hängen, weil andauernd irgendwas zu bezahlen ist. Kennt ihr das? Ihr kommt irgendwie angenommen. Steuerrückzahlung kommt rein. Sag mal jetzt mal, kriegst 400 Euro von der Steuer und denkst dir, ja, 400 Euro von der Steuer. Und dann auf einmal geht die Waschmaschine kaputt. Und das ist das. Das ist dieses wie gewonnen so zerronnen. Und vielleicht fühlst du dich so, als ob das dein ganzes Leben schon so zirkuliert. Und jetzt hast du die Chance dazu, Gerechtigkeit zum König der Münzen zu werden. Egal, ob du jetzt eine Frau bist oder ein Mann, der mit zuguckt. Und endlich lernen können, gut mit deinen Ressourcen zu haushalten. Und das ist sowas Neues für dich, dass du mit der Herrscherin etwas völlig Neues entstehen lässt für dich. Also du bringst quasi dein Money Game neu auf die Welt. Du verstehst, es kann sich hier auch um ein Pärchen handeln. Wobei ihr Partner ist ja eher der Herrscher. Aber ich meine halt so vom Prinzip, ist auf jeden Fall schon mal spannend. Also ich kriege das hier so rein. Dir widerfährt Gerechtigkeit, indem du lernst, im neuen Jahr mit deinen Ressourcen zu haushalten. Falls du das schon konntest, kriege ich dazu rein, dass du lernen wirst, das Geld klug anzulegen oder es zu vermehren. Vielleicht, weil du dich nochmal irgendwie, nochmal weitere Verdienstmöglichkeiten halt auch für dich findest. Wo du halt nochmal irgendwie so ein bisschen Geld verdienen kannst. Also ich zum Beispiel, ja, ich habe, wie gesagt, einen Fulltime-Job. Dann habe ich das hier, meinen Channel, dann habe ich private Legungen. Ja, und einen Master mache ich auch noch. Und da muss man halt wirklich sehr jonglieren mit. Aber ich weiß, für mich, das wird sich eines Tages alles lohnen. Und wenn du dir jetzt auch so einen Plan machst, was so der Paar-Jahres-Plan für dich ist. Ich sage jetzt extra keine Zeit, weil das ist für jeden individuell. Aber das wird. Das wird gut. Und deswegen, tolle Message. Finde ich sehr, sehr schön. Wenn es dir gefallen hat, lass dem Video sehr gerne ein Like, ein Abo, ein Kommentar da. Teil dieses Video mit allen, die Love, Charo kennen sollten. Persönliche Legungen zu buchen über mein Buchungstool. Noch vorhanden in der Woche vor Weihnachten, in der Woche zwischen den Jahren. Ich freue mich auf euch. Vielen lieben Dank wieder für eure Aufmerksamkeit. Und die persönliche Legungen kannst du gewinnen, indem du diesem Video einen Kommentar hinterlässt, einen netten, mit dem Hashtag Verlosung. Und vielen Dank. Ich freue mich auf euch alle. Und bis zum nächsten Mal sage ich euch, mögen wir uns wiedersehen. Bye!